ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 wir sind wieder am start mit der story und wir machen heute den nächsten teil des häusers das schildchen weg die aber weg genau das war das nervt mich doch nicht so weit wird es ist erledigt das heißt wir gehen hier oben weiter ich weiß was die karten da ab ich mache es für die ganze oberlinie weg die und die vier einzelne häuser habe ich diese seite das ding habe ich glaube ich auch das heißt ich mache jetzt hier weiter die oberen teil der nächsten häuser also weiter rastet aus ja oder fremde freaks mission wieder gewesen dies aber die fahrer sich jetzt das machen wir gleich später irgendwann so das wird glaube ich die nächste teil werden über die häuser gearbeitet haben so da jetzt weiter und wir werden das weg schießen über acht haben wir jetzt eingearbeitet so zack nächstes haus ist da oben das malo drive sieht ein bisschen aus wie das was wir schon hatten so ja ha ha es fehlt jetzt noch sieben oder sechs häuser dann hätten wir dann irgendwie abnedigt so so Selber schuld Und Devin, 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 Devin Der war doch da mit dem Auto, so oder war das ja nicht Doch, das war der mit den Autos, ne? Nichts Auto klauen Scheiße, letzte So, du mal Fahr mir doch nicht einfach unnötig in die Karre, du Idiot So, Immobilie finden, dann ist das auch erledigt Da machen wir uns Weinmut Hilt als nächstes Das ist das selbe Haus wie auch Okay, Weinmut Hilt als nächstes Dann war das auch weg Super Bei der eigenen Karre scheiße ich gerade ziemlich genau So Ich habe Kombination auf jeden Fall So genau, das macht man dann auch noch direkt Devin machen wir vielleicht in der nächsten Folge Ich habe keine Ahnung Ich muss mal einfach gucken, spontan Habe ich jetzt ehrlich gesagt Kein Nerv zu Ich habe jetzt jetzt ein bisschen Bock auf So Nebenzeugsaufgaben Ich habe das Schild verpasst Holt Jetzt höre ich dazu Oder habe ich das schon Da sollte der hier sein irgendwo, oder? Oh, leck mich doch Der hier ist es Zehn weg So, Weinmut Hilt ist erledigt Eclipse Diese Cops gehen mir so manchmal aufs Sack, weißt du Der kommt jetzt natürlich von vorne Ich kotze gleich Ja, genau Und in dem Moment muss von oben auch noch einer kommen Ich hasse die Cops Gib mir nicht auf den Piss, Alter Und du gehst mir Das kannst du dir mal neben meinem Typen da bedanken, ey Ich muss ganz, ganz schnell da irgendwie Fuck mich ab, Alter Wieder kann ich kopfflü- vor den Kopf flüchten, ey Ha, ha, verzieh dich, Alter Du habt ihr Wickel Dein, ich stoppe Wickel, ich verpiss dich, Alter Ach, weil ihr mir so alle aufs Sack gehen müsst, ey Da tue ich nicht, ich gehe weiter Schöner, ja, haut ab, Frau Mia Was ist die denn? Boah, haut ab, ey Da oben ist es 11 Weil die mir echt so Ach, ich hasse so Leute, Alter Okay, der war keiner So Ich lebe es weg Weid, weid weg So Ach, verschwindet doch einfach Aber warum fahren die eigentlich immer auf meine Seite Boah, ich hasse so Leute, Alter Könnt ihr euch ja Könnt ihr auch fahr normal fahren? Scheiß NPCs, ey Nee, kein Bock jetzt So Die hab ich jetzt 12 von 15 Okay, der ist auch weg Okay, der ist auch weg Kap 12 Kap 12 haben wir jetzt So Hab ich gesagt Nein Äh, was ist das Schild? Äh, ja Halt die Fresse Das muss ja hier irgendwo sein, oder? So Bis der Lamberlage sich mal ausgetobt hat Das ist ja die scheiß Karte Wo ist ja die scheiß Haus? Das muss ja hier irgendwo sein, oder nicht? Hä? Hä? Wann hab ich das schon? Habe ich das nicht schon gehabt, das Ding? Ja, super. Gut, dann machen wir weiter. Ich hoffe, ich hab alle. So, also, das Ding haben wir irgendwie. Greenridge Blade, Milton Drive. Ich hoffe, ich hab dann auch alle. Fast. So. Weil eins hab ich ja so schon ready bekommen. Da oben. 13 von 15. So, das war ja das. Weinwood Hills, hab ich das schon? Es fällt doch offiziell... Oh, fahr doch einfach. Es fällt ja offiziell noch zwei. Noch eines danach, weil das andere ist da oben. Ja, halt die Fresse. Ruf doch die Cops, ey. Irgendwann, wenn die jetzt ankommen würden, nochmal. So, ich hoffe, dass das das letzte ist, weil sonst wär das blöd. Wo ich eine Vermutung habe, dass ich eins vergessen habe. Okay, die sind weg. Äh... Hab ich das Ding falsch gemacht? Ich hoffe, wie gesagt, dass ich alle habe danach. Aber gut, danach fehlt doch eins, ne? Ach, guck mal. Hier haltet ihr an und wenn einer kommt, muss man direkt vor die Karre ziehen. So... So... Haaaaaaah! Ach so, da kommt's schon. Da muss ja direkt der nächste... Oh! Also geil! Jetzt muss ja noch einer hinterher. Scheint wohl, das haben wir auch schon weg. Halt die Fresse! Scheiße! Hab ich die zwei hier... Na ja, ne? Die müsste ich eigentlich schon... Die müsste ich eigentlich hintereinander gefahren haben. Oder hab ich die nicht gefahren? Ich hab das blöde Gefühl, dass ich genau die zwei da unten liegt habe. Unten links. Ich glaub ich hab hier unten genau die zwei, die da unten nicht. Scheiße! Das könnte sonst was länger dauern. Zwei rechte, sieben Stück. Scheiße, Scheiße. Ich hätte mir von einfach an den Liste schreiben müssen. Das ist... Ich glaube das... Oh, kann das mal hell werden. Das ist sehr schwierig. Aber es wird auch jahrelang dunkel, ne? Ich denke... Die sind eigentlich immer meiner Namen. Oh! Wo? Das ist einfach... Boah! Poah! Plp... Poah! Scheiße! Ich glaube, die haben wir schon hier in die Ecke. Die beiden... Ja, fucking Alter, ich hab sie, jetzt hab ich, jetzt hab ich zwei Schilder vergessen. Ja. Ja, super. Kacke, kacke, kacke. Oh, Entschuldigung. Bei der Dunkelheit fast, ich vermute, dass die Schilder von dem Schild stand oder sie einfach gesagt hat, oh, das hab ich schon weggehauen. Aber die Schilder müssen doch eigentlich ziemlich offensichtlich sein, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? Ach, Leute, ey. Das hab ich gefahren, auf jeden Fall, das bin ich sicher. Da müssen wir uns ja noch mal einfahren, ich kotze gleich ganz gleich. Genau das, was ich meine. Ah, ich hätte jetzt erwartet, dass ich schon einer mit Vollgas in die Karre brieze. Ich bin schon weg. So. Es fehlen zwei fucking Schilder. Und ich weiß nicht wo. Das ist aber schon allerletztes Jahr passiert, dass ich die Folge gesehen hab, hier. Scheiße, kacke. Bestimmt, weil wir sehen, weil ich die scheiß Kopfbüte spielen wollte. Boah, meine Güte, ja. Ach ja, stimmt. Man muss ja schleichen. Geht ja nichts anderes, okay. Man muss ja ganz langsam fahren, hier. Okay, der ist nicht. Ich will diese Kack-Düger da fahren. Ich stehe hier rum und kacke mich gerade einfach an. Genau, den hatte ich schon, das weiß ich. Aber. Weißt du, wie sicher, dass ich die schon hatte? Arme, fahr die auf. Okay, das ist das Gebäude gewesen. Das war mir klar. Malo Drive. Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ich das hatte. Milton Drive. Wir fahren jetzt da unten. Ich muss irgendwo zwei Dinger mal sehen, aber ich weiß es nicht wo. Ich will gar das Tee. Okay, der ist wohl auch schon abgearbeitet. Da ist jetzt aber kein Weg, da ist jetzt aber kein Wegpunkt, äh, gibt, wo wir schon mal waren. Ist ja zu einfach, ne? Was war denn überhaupt? Weißt du, wo die jetzt glimpsen? Das kann ich mich gerade verraten. Ich weiß nicht, dass ich... Hau doch einfach ab. Hey, wofür? Hier fang jemand jetzt die Karre. So, der war, der muss man da lang wissen, war die Idioten da hinterher. Hä? Bist du hier wieder zu blöd, oder was? So, ich... Oh, Alter, das guckt mich gerade an. Das kann sein, dass wir das noch nicht hatten. Also, es fehlen noch zwei. Der kommt schon 50 Kilometer bis vor einer an die Kurve guckt. Fing halt, wie fühlt dich? Also, das... Super. Ich hab das Gefühl... Was ist das mit dem Tennisplatz, ne? Das hab ich auch schon. Greenwich Place... Eclipse... Wind Wife... Also, ich weiß nicht... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich schon war. Ich hab das blöd Gefühl, ich mach das jetzt irgendwie gleich anders. Ich werd jetzt gleich die Folge beenden, die... Und dann werd ich mir die Sache rausschreiben. Und dann muss ich es dann nochmal tatsächlich nach und nach abfahren. Dann muss ich mal noch eine Folge machen, wo sie suchen. Und dann schreiche ich sie mir komplett weg. Da ist noch eins. 15 vor 15. Von wegen, wir brauchen's gar nicht. So, ruft ihr den jetzt an, oder was? Wir haben ja alles. Ich dachte, ich hätte einen Zweifel verpasst. Und ich hätte nicht nur... Wollte ich nur eins. Aber wir haben's tatsächlich geschafft. Okay. So, kann ich dir jetzt anrufen, den Josh, oder was? Josh, kontakte nicht. Ich will dir jetzt anrufen. Kann nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA. Moment, da kam noch was rein. Gut, dann machen wir das noch. Äh, warte mal. Kann ich dich wieder anrufen? Nö. Willi, Skate Motor in East Los Santos. Jo, damit ist heute morgen trotzdem feiern. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Und dann kriegen wir noch was mal. Da oben ist nämlich noch gerade, dass ist das Josh-Ding aufge... Dann fahren wir da noch hin. Komm. Gucken wir mal an, ob der noch was für uns hat. Ob der jetzt auch ein Dankeschön für uns hat oder eine nächste Mission. Ach komm, wir machen Feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.